Also, schön und bitte bonjour! Ich habe meinen neuen Let's Play Retro. Also, mein Ziel ist Goldzucker. Ich bin schon gut. 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 Ich bin schon gut ausgestattet. Ich gebe noch ein Schritt nach einer Rundung. Ich bin schon gut. Ich habe mich ein bisschen viel gekampft. Ungefähr so einen guten Ständchen. Das habe ich gemacht. Ich bin schon schnell durchlaufen. Wie all normale Menschen. Das ist aber. Ich habe noch Zeit für die Geschichte gesehen. Ich habe sich Goldzucker und habe einfach gerammt. Ich bin schon gut ausgestattet. Das macht mich voll. Die Überlegung von den Tasten. Das ist super. Ich habe eine kleine Job für weiter. Vielleicht sind wir zwei, drei Tasten. Wo ich immer schon... ...konfirschen darfst du eventuell ein Problem kriegen. Ich kann es nicht permanent machen. Nein, 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 nein. Die Höhle, wo du da sitzt. Da kann man hier nur schütteln. Da kann man hier nur schütteln. Da kann man hier nur schütteln. Da kann man ein Fluchgefährten hin. Und da kann man hier eine Substanz zu verändern. Und da kann man hier eine Substanz zu verändern. Oh, schmol. Oh, da ist es wie eine Substanz zu verändern. Dick. So. Nein, schau dir halt. Schau dir halt. Puh. Hey. Sprichst du tatsächlich mit mir? Mäh. Ich schreibe jetzt schon die Höhle. Hehehehe. Das ist nicht so gut. Ja. Ja, wo ist das? Ah, komm, schau dir halt wieder. Ja, wapp, wapp, wapp. Ich muss nicht, ich muss nicht mehr zu sagen. Wirklich wunderschön. Ja, mit Star Wars und Schmuggler sind komplett fertig. Ich wollte drüben, aber das ist ein Teil. Aber sowieso sind wir schon fertig. Wahrscheinlich sind wir schon lange am drüben. Von dem Kopfkater. Du-du-du-du-du. Oh, das ist ein Wunderfunk in folgendem Kampf. Was wir unbedingt machen müssen, außer... Raub... Nee. Piancho... Oder Piancho... Ich würde etwas sagen, ich freue mich, was könnte das. Ich könnte nicht spielen. Ich hätte gedacht, dass er irgendwie bewegt. Ach, Raub... Ich weiß nicht, wie man ausklarchen kann, was ich mit dem Lope klauen will. Falls er so etwas tut... Ich könnte also krill... Ich könnte nicht spielen. Ich könnte nicht spielen. Ich könnte nicht spielen. Analyse ich mal. Analyse ich mal zum Lope. Und zwar. Und zwar. Bist du von deinem Spiel? Boah. Ja... Entschuldigung. Aber ich finde es nicht, das man sieht wenn du... Ähm... Über die ganze Sache passt, das man sieht, das man spielt. Man kann sich nicht mehr spielen. Einfach da anhören, wie man nicht an die Zedin, kann man damit ein Spiel machen wollen. Insgesamt vielleicht noch nicht. Wahrscheinlich noch ein paar Jahren. Ah ja, weil die Mühlen gibt es ja, ähm, das kann sein, einfach, YouTube wird eben verschiedene Rechte geändert, der Tisch dann, den vielleicht, ähm, wo dann abholen, wo dann, wo dann, wo sie kommen und Musik drauf verwenden, dann haben sie eine Grenze, die Strike, wenn sie sich als ein Punkt hat, mit sie Grenze, die Strike, die sich direkt verwandeln, dann haben sie monetarisiert, die Geld machen, geht auf keinen Netz, ob ich mich schon mal da nicht, oder zum Glück, was wir sehen sollen, und, ähm, wie auch schon, äh, um länger zukünftiger Dinge werden, so, äh, okay, äh, Google Plus Account für, überhaupt, der, ähm, Kommentare zu abbestimmen und so weiter, weil die sehen riesen Blödsinn von, genau, Diamantnadel, die Stolen, der es für euren Live, äh, um, 13 Uhr, und dann, äh, die Bion, wo die Realität ist, ja, äh, die Stohe, die Google das, wirklich, ja, bei der Google, ähm, 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 ach, zu zweit, YouTube wirklich ein, ordentlich gelegt, bevor sich das bei denen klauen kann, was der Goldnadel normalerweise ist, Ich habe den Wegstern richtig fett gelegt. Das sind einfach die Dinge anderen, die Rechte oder das System, wo verschiedene Genehmigungen für die Kontakte von den Spielern halten. Da finden die Strike eine Verwarnung. Und das von mir persönlich wieder in den Bereich. Von daher ist es ein Sauerei aus. Da ist die Frage, was ich weiß, wie Facebook, das sind die selbe Stimmung. Sie machen dann die große Leute hier, an denen die Leute monetarisierend kommen. Sie meinen auch Geld mehr zu werben. Das hast du gewusst. Ich meine, du musst dir keine Lappes 4 machen, was du machst, dann mach dir Geld zu kriegen. Du hast das gut, wenn du das hast. Das war ein Ratschblatt, wie du mir. Ich habe das Gefühl schon für die 20-Schnitt-Nastisch-Ziehung. Und da habe ich das Geld für sie gemacht. Und eben, der jetzt tatsächlich Geld investiert hat, um die Spieler zu spielen, für ob Games kommen, Zeres und Sachen und so. Die ging dem ansprachend über die Lise abgelöst. Die ging dann über den Tisch gezündet, was euch persönlich nicht angereiftet hat. Da habe ich dann all das Geld, was ich verdient habe mit denen, mit YouTubern, müssen sie dann direkt bezahlen. Respektiv, oder mit den Leuten, wo sie Geld haben wollen, müssen sie dann zurückbezahlen. Nee, das kann ich nicht machen. Das geht ja nicht. Weil ich doch nicht Geld zurückbezahlen kann. Woher kommen wir dann hin? Na, hier ist es schwierig, weil ich noch eine Klaue kann. Was ist das mit mir? Du kannst mich stehlen. Ja, und da habe ich jetzt versehen, wenn ich riesen Sauerei, was YouTube aktuell aufzieht, aka Google-Weltio, englern selbst zu Citators. Und dass ich eine Gmail-Adresse brauche am besten, respektiv ein Gmail-Account, wie das Facebook richtig funktioniert soll. Und mit denen ist eine Klaue. Nääääh! Halleluja, das ist meine Meinung nur, dass ich das dann nicht in die Cloud kreier habe, kann ich das nicht besuchen. Der jae! Peter kann doch mal check ab, Adrian, bei Google, bei Google und Facebook, Ich weiß nicht, dass ich mich nicht nutze. Ich schaue einfach an meine Zeit. Es sind auch wirklich einige Ganty-Lite, die Sachen piratieren, illegale Robloidern, respektive Illegale Dauern haben. Es sind wirklich schlicht Ganty-Lite. Nein, du gehst die Ganty-Lite doch nicht mehr. Du kannst nicht wirklich auf's dafür machen. Na komm, das war's. Wie geht's früher? Ich kann einen Goldnadel von ihm kriegen. Als Dach fährt er, sprich noch bis dahin. Nachfrisch der Dritte. Nachfrisch. Einen Goldnadel. Ich kann auch von ihm kriegen. Der Zolo kann kein Spielverzöger gewesen sein. Ich wollte den Schussweisen aus. Tatsächlich kann ich einen Goldnadel klauen. Aber er lässt sich nicht wie eine Zürger. Sauerweiler. Na, super. Ne, mir geht aber, ähm... Er legt mich an der... ...und da... ...und da... ...und da... ...und da... ...und da... ...und da... ...ja, ich wollte schon mal verstehen, dass er seine Zürger rein. Dass er dazu gemacht hat. Und... ...verschne meine ich nicht, ähm... ...verdienen kann ich, ähm... ...Erm klauen... ...und... 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 ... und erziehen Brennstoffe, der Zürger. Den... ...und... 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 Aua 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 Also haben da lustig keine XP haben echt Und können den restlichen Arm klauen das ist dann gut für Explosionen Ja Jetzt gibts so Wir haben auch schon Ja gesagt Dann haben wir den auch schon fertig Den heute Spielstand Oder den da Und dann Schöpfen wir mal Schöpfen Wie immer Und dann Von mir Und haben wir noch Schöpfen 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 Schöpfen